ja die Hälfte es da damit was man in der Tür vergrößt uns kommt ich hab nur selbst für dich da müssen ich gebe dir mal als Geschenk was die Kiste verstecken wenn ich es macht auch nichts wenn ich die Scheiben ein bisschen anders groß machen hat es macht auch nichts wenn ich die Voodoo Puppe an die Voodoo Puppe die jetzt an Lukas gebunden ist ja kannst ja mal ausprobieren nämlich wo schnitt das wenn sie jetzt mal dran zieh jetzt mal also rechts legen rechts legen rechts legen und dann ziehen das dann zieht sich die ja und wenn du dann loslässt ähm springt Lukas in die Richtung in der du gezogen hast wenn du jetzt zum Beispiel unter Wasser bist das musst du Tom testen und du Schaden bekommst und die Voodoo Puppe in der Hand hältst bekommt ähm dein TechDuck, dein TechDuck Opfer bekommt dann auch Schaden wenn ich mit der Voodoo Puppe in dem äh Dings äh wenn ich in der Hand halt hoch fliege fliegt er dann auch hoch du musst nur ziehen und dann fliegt er auch hoch ne ziehen und dann nach oben nach oben dann springt er nach oben wie weit ein, zwei Blöcke ja ok das geilere ist jetzt kommts was passiert wenn du in den Lava rein fliegst mit der Puppe in der Hand er brennt er brennt er brennt oder wo ist ein Centono aha wieder einen Baum pflücken dann geh ich jetzt mal zum Centono die West sieht man gut wenn die Landschaft noch nicht geladen hat weil die leuchten trotzdem ach du brauchst grad ein Heu lol wie riesig was sind das für blöcke Pflastersteine hä das sind aber keine normalen ach tschüss ja das ist ein bisschen ja das wird ein fettes Haus das soll ein riesen kleines Haus wenn das nicht macht ob die ganze Steine her kein Ding wir haben wir haben ein paar Stacks von dir genommen danke eine Stunde und 13 Minuten auf ok ich glaube ich helfe euch mal ein bisschen wo gibt es Steine ich kann mir doch bestimmt mal eine Steinspitze äh ne das meine ich nicht ähm ich kann mir doch bestimmt mal kurz eine Eisenspitze machen oder mit eurem Eisen mit eurem Eisen mit einem Eisen ich glaub ich hab gleich das ganze Glas dafür also sagen wir mal so den größten Teil von den Scheiben schonmal geglast ich geh mal hier ein bisschen Stein form mein hallo also stadt cian ist 818 meter von mir gerade entfernt was macht ihr denn da ist so ein zombie der im glas irgendwie drin macht und die ganze zeit mit der kopf zu der musik die ich gerade im hintergrund hör sein kopf steigt wer hier hier ist ein place ist bestimmt ja nicht ein wohne ist sicher nicht als er ist auf vogel frau das juli das kann er ja gar nichts abbauen das hat er ja nichts zu suchen jeder wenn ich würde weiter steine fahren Ist Ihnen der Zeitraffer auch etwas zu langweilig? Dann genießen Sie nun etwas klassische Musik. Du hast die Art, du hast die Art, ey! Wer ist der Rat, Nummer 1? Es ist Sascha, er singt einen Song. Ey, Maven! Lukas ist frei wie der Bibdo! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo ist meine Tür hin? Hat einer von euch die Tür geklaut bei meinem Haus? Wahrscheinlich Julian, weil ich rein wollte. Entone, du wirst gebannt jetzt, gell? Automatisch. Tschüss. Entlar, sobald die Folge Ende ist. Ich brauche ja jemand, der mich unterstützt in der Folge. Ja, klar brauchst du ihn. Ist ja so. Was ist denn das mit den Folgen? Was ist denn das mit den Folgen? Weiß nicht. Oh. Jetzt ist ne, ach so, das ist, oh. Das ist in der Regel. Ich kann nicht russisch nehmen. Ich werde über den Folgen. Das geht einfach um die Folgen. Ja, ich kann die Rüstung nicht nehmen. Wo ist der Helm? Wo ist mein Helm? Mein Helm ist put. Wie lange geht denn deine Folge noch? Ich hab'n Zombie-Kopf, den setz ich einfach auf. Passt schon. Was? Wie lange was geht? Deine Folge. Deine Folge geht 48 Minuten. Also noch 12 in dem Sinne. Ah. Warum? Was denn? Ah, schon wieder so einen nehmen. Scheiße, 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 scheiße. Was denn? Das war's dann mal wieder mit uns aus. Pieper? Ja, und ich dachte, ich hab auch wieder einen Wert. Das ist noch Kraft. Aber da du gestorben bist, war's nicht mehr. Oder ist das? Ah, ist doch kaputt. Ich wusste es doch. Was machen wir uns das Haus ausgelöchstet? Natürlich wichtig. Jetzt bilden wir sogar noch Kabel so, den ich nicht hab. Ich hab auch noch. Ein Creeper. Hi. Mit Creeper Erde fahren geht's immer schneller. Ich hab' die Erde bitte nicht mehr, kann ich. Hä? Als du wirst, hab ich gedacht, braucht man eine 2-breite Tür. Brauchen wir aber gar nicht, ich kann da rein. Und ja, gewinnt dann. Ähm, hab ich noch Essen? Noch eine Karotte, die letzte Karotte jetzt. Mit noch Holz? Ja, hier, nee. Nee, das ist Holz. Ja, ich hab's. Und die Legs fangen wieder an. Wieder liebt sie. Und Creeper. Hoppe. Ja. Hatte ich dich leider enttäuschen. Nö. Mach eh gleich Ende. Wait a moment. Gut, ich will noch das Zeug weg tun. Das muss weg, das muss weg. Das dahin, das dahin, das dahin. Das dahin, das dahin. Jetzt brennt noch was zu essen. Jetzt brennt mal das Fleisch. Brennt das noch kurz. Wenn ich was zu essen hab. Kohle. Obwohl, nee, nee, mehr. Ja, doch ein Kohle. So. Wait a moment. Bin gleich soweit. Warte noch die letzten Sekunden auf Fleisch. So, und da haben wir's. Gut, wo bist du? Ach ja, warte, was mit Deathpoint wegmachen. Deathpoint sind nervig. So. So. Wo bist du? Ich schwirb hier in der Lok drum. Ich bin doch noch. Hä? What? Wo denn? Fuck wie hoch bin ich geflogen? Ja, ich komm runter. Wieder einfach runterfällst. Wie so ein Stein. Leuchtender Stein. Kein Zombie. Leute, ich hab noch kein Zombie gehabt. What the fuck? Hör auf. Was war ich da, ist kaputt? Ey. Da hört's frei auf. Bisschen Creeper wird gegangen. So. Möchtest du die Abmoderation machen? Ja. Na dann. Tschüss Leute, habt viel Spaß. Gebt einen Daumen runter. De-abonniert und lasst einen Hater-Kommentar dran. Also, ciao. Nee, ich war... Tschüss. Ja. Ciao.